Kollegin Kirsten Lührmann für die SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Anwesende, ich komme mal zurück auf das Thema der heutigen Debatte, nämlich das Thema ist, dass die Bundesregierung einen Entwurf eingebracht hat für ein Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in Eisenbahnrecht. Und ich habe es Ihnen mal mitgebracht. Ich habe vielleicht eine etwas andere Zählung als Sie, Frau Leide. Hier sind es 294 Seiten plus einige Anlagen, also ein sehr gewichtiges Gesetzeswerk. Wir haben heute die erste Lesung. Bei diesem komplexen Regelwerk wird es sicher noch einige Zeit dauern, bis wir uns hier wieder treffen zur endgültigen Verabschiedung dieses Gesetzes. Wie schon vom Staatssekretär erwähnt, handelt es sich um die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Für die SPD ist es aber mit dieser Regulierung im Eisenbahnbereich auch ein Teil, der sich einfügt in die Gesamtstrategie Bahn dieser Bundesregierung, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Wir wollen einen funktionierenden, leistungsfähigen und bezahlbaren Schienenverkehr. Und hierbei sind der Ausbau und der Erhaltungsschienennetze sowie dessen optimale Nutzung im Personen- und im Güterverkehr notwendige Voraussetzungen. Mit der LUV, der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, haben wir seit 2009 ein Steuerungsinstrument in der Hand, um die Infrastrukturmittel, die wir zur Verfügung stellen, wirksam und qualitätsoffensiv einzusetzen. Zu Beginn dieser Legislaturperiode haben wir den Vertrag erneuert. Und wir stellen in den Jahren 2015 bis 2019 die Rekordsumme von insgesamt 28 Milliarden Euro für den Erhalt der Schieneninfrastruktur zur Verfügung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan... Kollegin Nürmann, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Leidig? Ich würde gerne zu Ende machen, und dann können wir uns gerne unterhalten. Außerdem habe ich ja gesagt, wir werden diskutieren. Das ist hier die erste Lesung. Und ich glaube, wir haben jede Menge Zeit im Ausschuss, in den Anhörungen darüber noch zu diskutieren, Frau Leidig. Mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan haben wir eine Strategie für die nächsten Jahre vorgelegt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Prinzip Erhalt von Neubau und der Engpassbeseitigung von hochbelasteten Korridoren den Vordergrund an der richtigen Stelle gesetzt hat. In dieser Legislaturperiode haben wir zusätzlich zu den von mir eben genannten Lufmitteln insgesamt 4,5 Milliarden Euro für diese Bedarfsplanmaßnahmen, also die Mittel zum Neubau, zur Verfügung gestellt. Und neben dem Erhalt und Ausbau der Kapazität des Schienennetzes sowie natürlich dem Lärmschutz, dem wir auch als Bundesregierung und der Sie tragen Koalition besonders Augenmerk stecken, gehören faire Preise für die Benutzung der Infrastruktur und ein diskriminierungsfreier Zugang für alle Wettbewerber zum grundlegenden Gerüst. Aber die beste Infrastruktur nutzt wenig, wenn Verkehre aufgrund von Intransparenz und nicht klarer Preisgestaltung nicht aufreichend auf der Schiene landen. Beim Schienennetz haben wir nämlich die Situation im Gegensatz zum Personenverkehr und Güterverkehr, dass der DB-Konzern über ein Monopol verfügt. Und in einem Monopol muss der Staat die Möglichkeit haben, Renditen zu begrenzen. Und gerade weil es ein Monopol ist, müssen die zugrunde liegenden Preise zur Nutzung der Infrastruktur auch transparent sein. Es ist schon etwas seltsam, wenn sich Eisenbahnverkehrsunternehmen beschweren, dass sie bei einem Halt an einem Bahnhof zwar ein Entgelt bezahlen müssen, es ihnen aber nicht völlig klar ist, für was sie eigentlich bezahlen und dass sie gegebenenfalls auch für eine Ausstattung zahlen müssen, die entweder gar nicht vorhanden ist oder die ihre Kunden nicht nutzen können. Daher wollen wir mit diesem Gesetz mehr Transparenz. Die konnten wir im Moment aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlage nicht vollständig schaffen. Mit diesem Gesetz schaffen wir sie. Allerdings, und das hat diese Regierung auch vereinbart, wollen wir keine Überregulierung bis ins letzte Schräublein des Schienennetzes oder bis zum letzten Seifenspender in den sanitären Anlagen bei Station und Service, sondern wir wollen, das haben wir im Koalitionsvertrag geschrieben, eine Regulierung mit Augenmaß. Und zentrale Themen hierbei sind die weitere Verbesserung des diskriminierungsfreien Zugangs und die Optimierung der Ausgestaltung der Regulierung. Und auch hier wieder kommt der Bundesnetzagentur eine zentrale Rolle zu, die wir stärken werden. Die Preise für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur sollen künftig nicht mehr unkontrolliert steigen können. Vor allem Personennahverkehr, die dort tätigen Bahnen beziehungsweise die Bestellenden solcher Nahverkehrsleistungen, beklagten in der Vergangenheit die Erhöhung der Trassenpreise, die teilweise schneller stiegen als die Mittel, die den Auftraggebenden zur Verfügung standen. Wird mit dem neuen Gesetz nun alles besser? Hat die Bahn die Trassenpreise bislang korrekt berechnet? Geht der Konzern effizient mit öffentlichen Geldern um? Genehmigt er sich bei der Kalkulation zu viel Rendite? Reicht ein Mehr an Transparenz und einer Einsetzung aus, den Anstieg der Trassenpreise begrenzen zu können? Und was bringt diese Regulierung schließlich für die Verbrauchenden? Der Bundesrat hat 57 Änderungsanträge eingebracht, da er einige der von mir aufgeworfenen Fragen im Gesetz nicht hinreichend beantwortet sieht. Die Bundesregierung hat hierzu eine Gegenäußerung gemacht und ist dabei auf einige Vorschläge des Bundesrates bereits eingegangen. Allerdings eins steht auch fest, Es müssen noch einige wichtige Punkte geklärt werden. So die Frage, wie die Trassenpreise im Nahverkehr begrenzt werden. Hier gibt es noch unterschiedliche Auslegungen zwischen Bund und Ländern über den Inhalt der schon gestern hier debattierten Vereinbarung zu den Regionalisierungsmitteln. Wer zahlt das Defizit, wenn die nachgewiesenen notwendigen Steigerungen der Trassenpreise, die dafür zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel, eines Bundeslandes übersteigen? Ein anderes Bundesland mit möglichen Überschüssen, eine Art Länderfinanzausgleich bei den Regionalisierungsmitteln? Oder gar der Fernverkehr, was die neue Angebotsoffensive der Bahn in diesem Bereich schon beenden würde, ehe die ersten Verkehre auf den neuen Strecken begonnen hätten? Hier müssen wir im laufenden parlamentarischen Verfahren antworten und sinnvolle Regeln finden, auch für das Thema Zugang zu Serviceeinrichtungen. Abschließend stelle ich fest, wir sind mit dem Gesetzentwurf einen guten Weg. Wo Wettbewerb funktionieren soll, benötigen wir Regeln. Dies umso mehr, wenn es sich, wie bei der Eisenbahninfrastruktur, um ein Monopol handelt. Der Gesetzentwurf verfügt hier über ein interessantes Instrumentenmix, um Anreiz, Transparenz und Effizienz in das deutsche Schienennetz zu bringen. Daher freue ich mich auf spannende Beratungen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Matthias Gastel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.